Wie hast du dieses vermeintliche 1-0 für Borussia Dortmund gesehen und kannst du die Diskussionen verstehen? Nein, ich habe gar nichts mitbekommen. Wer diskutiert denn? Ja gut, der Ball war fast einen halben Meter hinter der Linie. War vorher nicht abseits? Nein, da war ein Bayern-Spieler noch mit dem Fuß dazwischen. Ja, das ist Fußball. Ich denke, das ist passiert. Es ist in der Situation Glück für uns, Pech für die. Trotzdem hatten wir, glaube ich, im Spiel die klaren Torchancen. Wir haben uns das erkämpft und verdient gewonnen am Ende.